menschenjagd wir waren näher dran als jemals zuvor vier jahre hatten wir hartes gejagt jetzt hatten wir seine rechte hand der doktor war der schlüssel niemand ist das denken sie von mir ja ich bin eine ratte ich denke sie sind was immer ich ihnen jetzt im dienst mal beste freundin mal schlimmste sie war und ich habe in den namen jetzt sagen sie mir nur wann und wo das meeting ist bringen sie mich um ich bin eh tot was du nicht sagst wenn sie dich erst am wickel hatte bitte bier helfen sie mir helfen wir einander hattest du verloren das ist nur eine einzige quelle können wir das überprüfen die infos stimmen hades trifft seine geldgeber in vierundzwanzig stunden auf santa rin mr 1 die protokolle für einen angriff erfordern dieser mann ist verantwortlich für 50.000 tote general wir greifen an eine operation in fremdem hoheitsgebiet wäre ein akt des krieges wenn der kongress nicht zustimmt atlas ist ein international anerkanntes privatunternehmen wir brauchen keinen kongress menschenjagd menschenjagd endlich mal wieder ein bisschen umballern hier d du sollst hat es im blick halte nicht mich Zielperson nähert sich. Markieren. Jetzt du, Mitchell. Die Verbindung ist gut. Suchen wir die Zielperson. Signale scannen. Du musst für den Scan ranzoomen. KVA-Signal suchen. So kommen wir dann in den Unterschlupf. Hier ist er nicht. Umschalten auf andere Kamera. Okay. KVA-Signal ist ganz nah. Kein Treffer. Weiter. Wenn wir die Morde durchscannen hier. Weitersuchen. KVA-Signal ist ganz nah. Kein Treffer. Weiter. Kein Treffer. Weiter. Kein Treffer. Weiter. 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 Du suchst bei dem. Eindeutig ein KVA-Signal. Wunderbar. Das ist die Zielperson. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Auf geht's. Team. Ich muss euch wohl nicht daran erinnern, wie wichtig diese Mission ist. ADES ist verantwortlich für die nuklearen Angriffe vor vier Jahren. Wenn wir ihn erwischen, fällt die gesamte KVA in sich zusammen. Wir dürfen keine Fehler machen. Bringt das zu Ende. Ja, ja. Warum nicht schon? Unauffällig verfolgen. Und dann ausschalten. Ich räume hinten auf. Versaut es bloß nicht, Ladies. Das ist privateigentum. Sie müssen gehen. Ich wollte zum Markt. Hab mich wohl verlaufen. Hier sind sie fei... Hey! Ouch. Gut gemacht. Waffen bereit. Bravo hat die Schlüsselkarte. Alpha, aufgepasst. Bravo ist auf Position. Roger. Moment. Markiere Ziele. Nicht schlecht. Patrouille, nehmen ihn. Den Mann. Geile Raffe, ey. Alle Stationen werden rechtzeitig gesichert sein. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Verstanden. ADES Ende. Geile Sache. Ausschalten. Profit, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase 2 kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt in Frag. Mitchell, in den Exo-Anzug. Ich setze die Wasp zusammen. Oh, umziehen. Profit, Wasp ist startklar. Alpha in Position. Bereit. Verstanden. Bereit machen für Wasp. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades treffen. Oh, okay. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Konferenzraum ranzoomen. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Warte, Ilona. Hier ist die Infos beschaffend. Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du. Du kannst hier nicht warten. Mach schnell. War wie so ein langweiliges Gespräch. Das finde ich einfach für einer. Alpha ist startklar. Alpha, rein da. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Dimitri, ist das Fahrzeug weg? Da bewachen zwei den Hof, Mitchell. Mach sie kalt. Dimitri, bericht. Alpha, rein da. An alle Stationen, wir sind aufgeflogen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Dimitri, ist das Fahrzeug weg? Alpha, rein da. Hochgesichert. Wow, warte mal, geklappt. Alpha, warte. Da ist einer an dir dran. Ab ihn. Nein. Nach 30 versuchen. Hat es geklappt. Scheiße. Gideon hat Probleme. Mann getroffen. Gideon hat's erwischt. Nein. Ja, Sir. Scheiße. Gideon hat Probleme. Danke für die Hilfe. Gesichert. Alpha, weiter jetzt. Mitchell, zwei ausschalten. Alpha räumt auf. Wohl gesichert. Alpha unterwegs. Ach mein, immer diese Schleichmiss-Scheißi-Mail. Einfach in Position, platziere Stummladung. Verstanden, Alpha. Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Mitchell, bring die Wasp zur Glasfront des Gebäudes. Verdammt! Zu voreilig! Alpha, los! Los! Roast bist aufgeflogen. Mission abbrechen. Ich wiederhole. Abbrechen. Ach, das ist doch dumm, Alter, die Mission. Pool gesichert. Alpha unterwegs. Alpha in Position, platziere Stummladung. Verstanden, Alpha. Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Stummladung bereit. Die Ladung reicht nicht weit. Es muss schnell gehen. Was ist da? Oh, was ist da? Nein, kriegt die Retter auch noch mal hin. Du hast dir zu viel Zeit gelassen. Das muss schneller gehen. Atrium gesichert. An alle Stationen. Achtung, Ardus scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger, Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Achtung, Ardus scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger, Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall... Achtung, Ardus scheint mit dem Treffen zu beginnen. Ja, welche Treppe? Die da oben, die hier. Oben an der Treppe. Nied er sie gleichzeitig um, Mitchell. An alle Stationen. Wir sind aufgeflogen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Was machen wir denn jetzt? Weil es scheiß jüge. Äh. Ohne Achtung, Ardus scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger, Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Wasp ist aufgeflogen. Mission abbrechen. Ich wiederhole, abbrechen. Oh ja. Aufları �ؓin. Suite. Während ребенb Mashin. Musik. 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 측. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020